Wehrat. Lugger nach Trauchel. Ja, jetzt sind die Gumm. Fronger Gumm war schon einmal auf. Ja, ja, frisch packen. Ja, noch sind aber der Teguma. Können. Es ist wirklich ein Business für die Pässe. Das ist etwas, was ich hier sieht. Ich komme zum Beispiel hier. Und hier kann ich noch ein bisschen mehr auf dem Wasser sein. Und dann werde ich hier sein. Ich komme zum Beispiel hier in der Knie. Ich komme hin zu diesem Knie. Ich kann das mal wegbringen. Hier sind die Oli, die Stoge sind. Ich kann es da gehen, im Sauna da. Das ist dann recht. Das Warte ist dann noch nicht genug drauf. Refrektiert jetzt. Ich habe die Kamera nicht gesehen, dass ich es nicht gesehen habe. Das ist Das ist nun der Tandone, ich weiß nicht, aber das ist total gut. Ich habe die Fahne, ich muss kurz schauen, dass die Verrat nicht bleibt. Das ist so, dass ich hier ein Relax-Firai bin. Das ist so, dass ich hier ein Problem habe. Das ist so, dass ich hier ein Problem habe. Ich würde das hier sehen. Hier sehen wir uns die Kamera. Hier ist die Kamera. Hier ist die Kamera. Ich habe den Kamera gemacht. Das ist ein Rekord. 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 Lappenmörr. 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 Ja, das muss ich jetzt mal sehen. Mal. Also. Ich kenne Was ich kann noch sprechen? Deutsch, Deutsch. Ja, liebe Freunde, ich denke schon, ihr würdet machen Landen auf meine Aufnahme. Weiß ich nicht wann, aber irgendwann, wenn es so weit geht, ja, wenn es YouTube gibt. Seht ihr meine Heimat? Seht ihr mich hier? Es heißt, auch terminieren Bewegungen, Momenten, Aufnahmen. Auf dem Weg auch dort angefangen, zur Fotografie. Habe ich vergete, sag mal so, 2000, 12 oder 11, mit Canon, Power. Habe ich ein paar Jahre fotografiert, mein Lieblingsstaat Ludwigshafen. Habe ich gelebt. Habe ich gelebt. Und wie gesagt, ein paar Jahre habe ich auch mit der Kamera gemacht. Und irgendwann mit Entwicklung habe ich angefangen. Vor drei Jahren denke ich mir mit Handy. Diese Faszination, wie man es hier sieht, ja. Die Felder, die Wiesen. Und das, ja. Es ist schwierig von mir gerade die Kamera aufzumachen. Was soll ich mir sagen? Welche Freunde von Fotografie-Serie soll ich hier begrüßen, wenn wir sie hören? Walter Ernest, ja. Mein Klub auch war mal im Verein von Penta Briesner. Ich war ein paar Jahre mit. Habe ich viel dabei gelernt. Aber wie gesagt, äh, wie nicht der Kopf. So wie es ist. Fängt immer was anders. Immer was anders. Es gibt keine Entscheidung geändert. Einen Professionalismus. Ja. Professionalismus. Professionist, ja. Zu werden. Der Profi. Werden so eine Art Amateur sein. Amateur. Wir wissen schon, ihr Amateur. Was ist. Was habt ihr noch dabei? Diese Entwicklung ist bei mir gekommen, auch mit meinen Freunden. Gashi, ja. Ah, der fehlt mir. Haben viele überlegt. Pläne gemacht. Pläne, Pläne. Wir werden mit Drohne hierher kommen. Und dieses Mal habe ich meine Drohne nicht dabei gehabt. Nicht gehabt dabei. Irgendwie habe ich gelassen. Ach, Albion. Und viele Freunde von mir, wie ich es mir nennen, privat zu unterhalten, ja. Ich werde den Namen nicht nennen und Freundinnen, ja. Wir reden über Fotografie, über Aufnahme, über Entwicklung. Was heißt die Entwicklung? Ich höre Medien, ja. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange wird YouTube geben. YouTube. Oder mit der Zeit, YouTube wird fressen, auch Fernsehen und so. Stublau. So wie es ist. Eine kurze Zeit habe ich übernommen, ja. Mit meiner Prokene Deutsch. Prokene Deutsch heißt. Ja. Ich bin nicht integriert. Wird meine integriert? Nein. Nein. Es ist so ein Gespräch, ich habe geführt mit meiner Tochter. Sie akzeptiert den Vater, wie es ist. Der Vater akzeptiert sie. Ich werde ihn meinen Namen nicht nennen, aber... Einzige die Liebe, was ich habe, ja, ist Ludwigshafen. Ludwigshafen, ich liebe dich. Ludwigshafen, ich habe meine Wölze dort. Ich weiß nicht, wie lange bleibt meine Tochter dort. Ich diskutiere mit meiner Tochter. Ich fängt meine Tochter an, von Ludwigshafen groß zu werden. Auch wenn sie groß ist. Wie gesagt, man wird groß. Wenn man versucht, sich groß zu werden, fängt man immer von seiner Heimat. Ludwigshafen, ich bin so wie ich bin. Ihr kennt mich, manche schon. Auf ihrer Seite. Ludwigshafen ist schön. Ich bin dabei. Manchmal poste ich meine Fotos. Manchmal durchreagieren. Manchmal so. So wie ich bin. So wie ich bin. So wie ihr seid. Ich habe euch lieb. Ihr seid ein Staat mit vielen Problemen. Aber es gibt ein Staat für alle. Alle Menschen. Alle Menschen, Ludwigshafen. Wir haben Probleme jetzt mit Brücken, ja. Ludwigshafen, wir überwinden das. Das sind Projekte. Riesenprojekte. Die Stadt, die Brücken, ja. Wie viele Brücken kommst du durch? Nein, leider nicht. Wie viele Orte hat Ludwigshafen? Viele. Viele, 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 viele. Wenn ihr nicht gelaufen, gefahren. Tag und Nacht. Ja. Ludwigshafen. Kopf hoch. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr, Ludwigshafen. Ludwigshafen. Es hat sich übertrieben. Aber Ludwigshafen hat sich gebildet. Eine neue Liebe. Aber es ist ein Glück. Liebe, das sind meine Wurzel. Da ist meine Tochter. Ludwigshafen. Ludwigshafen ist schön. Ludwigshafen. Ich wünsche dir. Heute haben wir dir.